Das ist die Lately Show mit Florian Strelitz. Das ist die Lately Show. Mein Name ist Florian Strelitz. Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Geschichte, wie wir Donald Trump erschaffen haben. Und, Spoiler-Alarm, irgendwie die Kontrolle wieder verloren haben. Alles sah so gut aus. Wir hatten sogar Präsident Obama auf unsere Seite ziehen können, damit wir ihn von Donald weiter dissen lassen konnten. Ja, wir hatten es so geschafft, die Fox News, die ja ultrakonservativ rechts sind, auf unsere Seite zu ziehen, wobei ich denke, die hätten den ganzen rechten Scheiß sowieso gesendet. Alles sah so gut aus. Bis zu dem Tag, wenn Donald unsere, ich meine, seine Kandidatur bekannt gab. Super, Donald. Cool, dass wir uns mal wieder hier im White Room des Trump-Haus treffen können. Hey, 16 Jahre, wir beide haben uns kaum verändert. Ja, wir tragen so dasselbe. Das ist ein Zufall. Nur das Schild, was draußen an der Tür hängt, das ist irgendwie auch noch gleich geblieben. Only Whites Room. Hat dieser Typ mit dem Namen Whites echt seit 16 Jahren nur ein Zimmer bei dir? Hm, heute ist der große Tag. Donald, heute ist dein großer Tag. Momentan siehst du zwar nach ST aus, aber glaub mir da draußen, Baby, wirst du Full HD. Ja, vielleicht sogar 4K. Aber denke daran, beleidige unbedingt niemanden. Tritt niemanden auf die Füße. Wir haben deine Rede bereits auf den Teleprompter geschickt. Das ist nur 4-5 Minuten lang. Dann gehst du vom Podium, alle jubeln und fertig. Okay, warte, ich hab grad die Info bekommen, der Dill Pomter ist ausgefallen. Ha, kein Problem. Wir haben ja deine Perücke in Headset eingebaut und ich bin dann dein Souffleur. Also, ich sage alles vor und was ich sage, sagst dann du. Aber, Donald, was hast du eigentlich mit deinem Gesicht gemacht? Du solltest ein bisschen Bräunungscreme... Ne, Augenblick mal. Das ist der Plan gewesen. Cleverer Zug. Somit kann dich keiner mehr ernst nehmen. Klasse improvisiert. Deshalb arbeite ich gerne mit Profis. Aber jetzt, los, los, los. Okay, okay, läuft super, Herr Donald. Ich sehe dich, ich hab die auf dem Monitor. Ja, das sieht richtig scheiße aus. Super, ich liebe es. Ah, ich arbeite gerne mit Profis. Ja, ja. Diese Wolltreppe geht nicht auch schneller. Oh Gott, das dauert wieder. Aber es sieht gut aus. Ja. Ja, ein paar Leute klatschen. Super, super, super. Dann kriege ich kein Signal von ihm. Nur ein Rauschen. Donald, Donald, hallo. Oh, das ist das. Ich höre nur einen Sender. Donald, Donald, hallo. Oh nein, irgendein rechter Hilfeli-Sender mit irgendwelchen obskuren Beschimpfungen. Oh mein Gott, wenn Donald das hört, dann denkt er, als wäre es ein Realtext. Oh mein Gott, wenn Donald das hört, dann denkt er, als wäre es ein Realtext. Und wenn er ein Realtext. Ich wiederhole, we have an Orange Hawk Down. Und seitdem Donald Donalds hören, richtig heiß, er ist komplett durchgedreht. Und wir haben echt, wir haben alles versucht, ihn zu entschärfen. Wir waren natürlich ganz clever, wir haben eine Hintertür eingebaut bei seiner Konditionierung. Also wenn Sie ihn mal sehen, dann brüllen Sie ihm das Safe-Word entgegen, das heißt Tiny Orange Buttercup. Aber sind wir mal ehrlich, Donald Trump ist ein riesiger Witz. Ein Typ, der nicht eine Lösung für die echten Probleme Amerikas anbietet, sondern nur Hass und Angst sieht. Aber der größte Witz überhaupt ist, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Aber Donald, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich hier. Warte eine Sekunde, es ist super schwer und, oh, ich drücke Ihnen noch ganz fest den Stinkefinger für die nächste Wahl. Bis zum nächsten Mal.